Okay, dann hier runter, schön die Treppe. Ah, da ist noch einer, so, aber das war's. Dann noch das BTA, ne? Gut, dann hier mal öffnen. Ich finde es blöd, dass man selber keine Türen öffnen kann. Die Türen kann es ja schon, aber nicht immer eben. Oh, da ist sie. Da hinter der Tür ist sie. Na, kommt ihr mal, Sandman, Grinch. Truck ist auch da hinten, okay. Konferenzzimmer Nummer 3. Okay, dann mal los, ne? Würde ich sagen. Nein, Bombe, Diesel. Oh Gott, ey. Okay, wir haben eine Waffe. Das sind zwei, drei Leute. Zwei? Okay, doch nur zwei. Da oben ist sie. Nein, nein, nicht schießen, du Affe, Mensch. Du hättest nicht voll erwischen können. Na toll, äh, Konferenzzimmer 3 sieht nicht mehr gut aus. Das sieht ziemlich nach, äh, ja, Freiluftkonferenz wahrscheinlich. Na ja, dann bin ich mal wieder ruhig. Okay. Price, we lost the girl. Looks like the Helo took her to a diamond mine in Siberia. We're gonna have one shot to grab the President before he gives up the launch codes. And Makarov turns Europe into glass. Once we get boots on the ground, it's gonna get a lively down there. Hopefully you can keep up, old man. Also wir haben jetzt eine Joint Operation aus Task Force 141 und der Delta Force. Wir müssen Alena Walschewski und Dingens befreien. Hier, äh, ja, den Präsidenten, genau. Weil die geil sind, so. Also wir haben hier, wie es aussieht, eine M4-Asog-Side, eine G36C-Red-Dot-Side, okay. Gute Waffen erstmal. Und jetzt leckt's. Scheiße. Ja, und dann bin ich wieder zurück, nachdem Modern Warfare 3 gerade abgestürzt ist. Und ja, da legen wir gleich mal los. Down the rapid hole. Ein Tag nach Berlin. Also, wie gesagt, M4 und G36C, aber habe ich jetzt sowieso gerade schon mal gesagt. Ah, Price und Sandman, ja, ob das gut geht. So, äh, wo ist ein Sandman überhaupt? Hallo? Swag? Quinge? Irgend so ein anderer? Ah, Sandman da. Es fehlt nur so. Also, die mal hier schön abräumen. Au, RPG und wir stürzen mal wieder ab. Ja, super. So, Nachtsicht schön an, weil es hier jetzt wahrscheinlich dunkel ist. Tipp ich einfach mal. Ja, Nachtsicht bringt es auf jeden Fall schon mal. So, jetzt schön alle wegräumen. Und auskurieren hier hinten in der Ecke. Weiter geht's. Ach, du Scheiße, wir waren nicht gesund und haben die Rechnung dafür gekriegt. Nämlich, wir sind gestorben. Scheiße. Naja, weiter geht's. So, jetzt ja erstmal gleich eine Granate werfen. Was ist denn das da? Habe ich denn gerade? Ah, ähm, 4. Ne, wir haben ja eine 8-Hour-Zeit mit. Meine Idee, glaube ich, noch. Also mit Granatenwerfer unten dran. Alter, ich blick das nicht mit Nachtsicht, dass ich gleich tot bin. Und dann renne ich natürlich noch voll ins offene Feuer rein. Ich glaube, ich lasse die Nachtsicht jetzt doch mal runter, wenn es nicht allzu schlimm ist. Aber das sieht definitiv nicht gut aus. Also, ich sehe im Prinzip nicht viel. Ne, ich muss die Nachtsicht auftunen. Bisschen blöd, aber... Na gut, ist nun mal so. So, jetzt mache ich euch gleich hier unten da oben. Ja, hier unten da oben halt. Äh, die da oben mache ich hier unten gleich. So, euch da bitte weg alle. Auch du da oben darfst jetzt sterben. Okay, mit ein bisschen mehr Deckung hat es dann doch noch geklappt. Ich will die aber noch nicht runter tun, vielleicht. Schon mal da dran gedacht. Ja, tut das Ding da weg. Ich weiß, dass man es mit N togkeln kann. So. Mache ich auch gleich mal und dann wieder hin. So. Scheiße, Granate. Okay, wir erledigen das jetzt mal von hier oben. Ich glaube, das ist ein bisschen besser. Also, ich finde den Nachtsichtmodus von MW3 schon ein bisschen blöd gemacht. Da war der von COD4 und so meiner Meinung nach besser. Ich weiß nicht, hier sieht man nicht so richtig, dass man gleich tot ist. Und das mit den Zielen ist auch ein bisschen blöd. Weil man sich mehr an dem Strahl orientiert, der ja eigentlich genau in die Mitte. Das ist ja eigentlich der Red Dot Sides. Quasi der Red Dot. Aber trotzdem ist es irgendwie merkwürdig. Ich weiß ja nicht. So, jetzt euch hier weg. Und euch auch. So, bitte, danke. Alter, nachladen. Ich hasse nachladen. Okay, hier können wir, glaube ich, die Nachtsicht wieder runter tun. Obwohl es mit Nachtsicht noch besser ist. Ja, da holt er erstmal seine Kreissäge hier raus. Sehr schön. Jetzt muss ich kurz überlegen. Kettensäge, Kreissäge? Hä, doch, Kreissäge, ja. Kettensäge ist ja was ganz anderes. So, ja, ich weiß nicht, wir müssen gleich nachladen. Ja, und? Ich wechsle dann jetzt auch mal doch mal hier in die M4, weil die ist schon arg viel geiler. Ich habe mir die jetzt nur noch mal ein bisschen aufgehoben und dann die G36C benutzt, die ich ja eigentlich nur für den Multiplayer mag. Ja, jetzt haben wir keinen Nachtsicht, nur das ist ja toll. Ich werde nach sich zurück. Ja, hier ist nix mehr. Oder jetzt wieder seine Kreissäge hier raus? Nee, die hat vorher weggeschmissen, ne? Ah, jetzt geht's raus. Richtig. Oh, scheiß Helle. Epische Musik. Na los, jetzt hier, komm, stirb, äh, sterb. Alle. Ich gebe euch hier mal ein bisschen, äh, Unterstützung. Von oben. So, wir haben ein AGM-Missile, wie ich gerade mitgekriegt habe, und das werden wir natürlich auch gleich ausnutzen hier. Boah, geil, ich liebe es. Stirb! Okay. Jede G36C hat auch noch 420 Schuss. so verdammt ich blick gerade nicht richtig durch aber ich nehme ein gm kurz perfekt waren wir fast keine kills aber einfach mal überflicht zu verschaffen warte mache ich noch mal kurz ich weiß wo von mir aus jetzt die feinde sind vor mir so gar keine mehr ich kann es jetzt nicht wirklich weg klicken doch der rpg schütze bitte weg und jetzt gucke ich noch mal wie viele feine das kratz sind und da habe ich mal noch mal eine hgm rakete rein hier so da ungefähr ein bisschen hochgezogen aus zu sehen am ende ach mist egal auf kugel kommen da habe ich blendgranate werfen so neun granate so ein kack egal noch mal von vorne ja so auch von vorne auch nicht so agm ist nicht verfügbar so 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 so